Lakshmi-Yantra Lakshmi-Yantra ist ein Yantra für Lakshmi. Yantra ist eine geometrische Figur, die meistens aus einer Kombination von Quadraten, Dreiecken und Kreisen besteht. Und das Lakshmi-Yantra kann auch verschiedene Mantras haben. Manchmal wird das Shri-Yantra auch als Lakshmi-Mantra bezeichnet. Shri-Yantra, vielleicht das bekannteste Yantra. Shri ist ja eben auch ein Aspekt von Lakshmi. Shri-Yantra besteht aus vielen Dreiecken, die ineinander übergehen und mehrere Reihen von Blütenblättern drumherum. Und in der Mitte ist dann eben auch ein Kreis. Es gibt aber auch spezialisierte Lakshmi-Yantras, und die mit vielen Mantras versehen sind und die dazu da sind, um Glück zu erzeugen, um Freude zu erzeugen und Reichtum.